Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Im Gespräch mit. In Zeiten rasanten, vielfältigen gesellschaftlichen Wandels und heftig politischer Unruhen weltweit tut es gut und ist gleichermaßen spannend, eine Persönlichkeit erfahren und kompetent begrüßen zu dürfen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Zumal unser prominenter Gast noch richtig bodenständig bis heute verwurzelt ist in und mit der Region. Wir freuen uns auf im Gespräch mit Dr. Helmut Hausmann. Herr Dr. Hausmann, herzlich willkommen zu uns. Hallo, ich freue mich. Gut. Wir fangen ein bisschen mit dem rasanten Wandel an. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an diesen rasanten gesellschaftlichen Wandel denken? Ich glaube, es wird übertrieben. Also es gab immer viel Wandel. Im Moment kommen verschiedene strukturelle Dinge zusammen. Ich glaube, die Gleichzeitigkeit von Globalisierung, Digitalisierung, Infotainment, das muss verarbeitet werden. Das hängt aber vom Einzelnen ab. Er muss sich eine Agenda geben. Er darf nicht immer online sein. Er muss mal offline sein. Sich finden, nachdenken. Dann wird er auch damit fertig. Aber man sollte den Leuten nicht drohen. Es ist immer gut, wenn es Fortschritt gibt. Stillstand wäre auch nichts. Wir kommen zur Politik relativ zügig. Weil da sind Sie doch am bekanntesten. Karl Marx wird in diesen Tagen anlässlich seines 200. Geburtstages gefeiert. Seit Krisentheorie, dass der Kapitalismus irgendwann mal endet, scheint wirklich aktuell zu sein angesichts unserer permanenten Finanzkrise. Was sagt der Wirtschaftsexperte? Ja gut, Karl Marx ist natürlich ein Theoretiker, typischer deutscher Philosoph, großer Theoretiker, auf allen Gebieten auch kannt. Was aus dem Marxismus gemacht wurde, und das kann man ihm jetzt nicht alleine, ist natürlich tragisch. Viele, viele Leute haben ihre Existenz, ihre Lebensfreude, alles verloren durch diese Gleichmacherei. Und ja, es ist interessant, dass sich im Moment ja auch nur noch ganz extreme linke Ideologen marxistische Partei nennen. Alle anderen haben mehr oder weniger dem orthodoxen Marxismus abgeschworen. Das Interessante ist, ich habe viel mit China zu tun. Dort wird natürlich eine andere Form von Gleichheit gelebt. Aber das hat mit dem alten Marxismus, sowjetischer Prägung, nichts mehr zu tun. Ein bisschen persönlich biografisch, ich habe es gesagt, aus der Region. Geboren in Tübinger, Abitur in Metzinger, Studium Tübinger, Hamburg und Nürnberg. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Frage ist, was hat Sie in Ihrer Kindheit und Jugendzeit besonders geprägt? Also ich glaube, das erste ist immer, und das empfehle ich auch Führungskräften oder Studenten, ein Mentor, ein Lehrer, der mit mir mal eine Wanderung gemacht hat und so meine Stärken und Schwächen mir vermittelt hat. Das erste war einfach, dass er sagte, du bist nicht dafür geboren, dich auf eines festzulegen. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie, bleib unternehmerisch. Zweitens, du hast eine soziale Art, beschäftige dich mit Politik. Und drittens, du hast deinen geistlichen Interessen nie untreu, studiere aber nicht für einmal, sondern lebenslang. Und diese Empfehlung dieses Mentors, die hat mir sehr geholfen, die hat mich sehr geprägt. Und deshalb sage ich auch immer jungen Leuten, sucht jemanden, das kann nicht der Vater oder die Geschwister sein, das muss jemand sein, der euch richtig einschätzt und euch eine Vision vorlebt. Denn wenn ihr findet, was ihr liebt, müsst ihr nicht mehr arbeiten. Sie kennen ja meinen Konfuzius. Da kann man ja noch zu sprechen. Ich kann ja nicht sagen, sie hätten nie gearbeitet, aber man kann draus lernen. Sie machen das, was ihnen Spaß macht. Ja, also auf die Uhr habe ich auch nicht geschaut und 40 Stunden Woche, in meinem Fall, unmöglich. Zu viel Nachtarbeit und keine freien Wochenende in den 35 Jahren aktiver Politik, das muss man nicht haben. Aber das sind die Bedingungen. Heute ist das ein bisschen besser. Ich mache noch sehr viel, aber selbstbestimmt. Die Frage ist natürlich Politik heute. Und da würde ich Sie immer um relativ kurze Statements bitten. Einmal natürlich zu Ihrer Partei, dann Deutschland, Europa, USA, wenn uns die Zeit noch reicht. Was sind aus Ihrer Sicht nochmal nachteilig betrachtet herausragende Ereignisse gewesen in den Jahren, wo Sie Bundeswirtschaftsminister waren? Natürlich, wahrscheinlich die Wiedermann. Gut, es waren zwei epokale Dinge. Ich meine, wer dieses Glück in der Laufbahn als Politiker oder im Leben hat, die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten mit allem, was dazugehört. Dort Marktwirtschaft, dort Planwirtschaft, hier mehr Mittelstand, dort eigentlich nur Kombinate. Das war eine fordernde Aufgabe. Und das andere ist Europa. Vor allem die Einführung der europäischen Währung, die bei aller Kritik heute nach wie vor angesichts Trump und der Chinesen das Markenzeichen Europas ist. Und deshalb sollte man den Euro weiterführend verteidigen. Eine Geschichte, ich müsste Sie aber bitte unseren Zuschauern erzählen, ich habe sie mal von Ihnen schon gehört. Dass Sie während des Mauerfalls sozusagen in jeder Novembernacht in Polen waren mit Kohl und Weigl und dann davon überrascht wurden. Kann das sein? Hatten Sie damals keine Ahnung? Ich sehe das nur vor mir. Wir waren eingeladen, gab es ein Staatsbankett. Die Parteiführer, Sie haben es erwähnt, CDU Kohl, auch Genscher, mein Parteichef, Weigl, CSU. Wir saßen beim Abendessen, es kam ein Bode zu Kohl. Kohl hat um Unterbrechung gebeten, war völlig verunsichert, hat sich nochmal erkundigt, hat dann um eine Auszeit gebeten, hat das Bankett verlassen, hat dann praktisch sich rückversichert, kam zurück, die Mauer ist offen. Unglaublich. Das zeigt natürlich auch die Nichtvorhersehbarkeit und auch das Versagen. Was heißt Versagen? Die Geheimdienste hätten ja auch sagen müssen, der Bundeskanzler, nächsten Tag geht es los, Sie können jetzt nicht nach Polen reisen. Aber das war unglaublich. Und dann, die Folge war natürlich, ich blieb zurück als Faustpfand, damit Polen nicht gleich den Eindruck bekommt. Jetzt sind die Deutschen wieder vereinigt, jetzt geht es wieder los. Aber die drei Parteiführer, wie gesagt, die flogen dann sofort zurück nach Berlin und ich hatte dann am nächsten Tag noch die offiziellen Gespräche über Europa und über Wirtschaft fortgeführt. Aktuell, Politik, Ihre Partei ist wieder im Bundestag, erfreulich. War es richtig, Jamaika-Platze zu lassen? Da fehlt die Zeit, lieber Aschek. Ich würde so sagen, es waren zwei Probleme. Die Personen waren nicht vorbereitet, miteinander vertrauensbildend zu arbeiten. Und zwar alle. Einschließlich auch der CSU. Und so ein Viererbündnis, CSU, CDU, Grün, FDP, muss zunächst mal von den Personen gewollt und vertrauensvoll gemanagt werden. Das Zweite war sicher, dass der Herr Lindner zu lange gewartet hat, sodass man jetzt der FDP den schwarzen Peter geben kann. Aber strukturell war das richtig, nicht mit wenig rauszugehen. Das Problem hatte schon Westerwelle. Und der Lindner wird beim nächsten Mal, und es wird wieder Verhandlungen geben über Jamaika. Ich glaube nicht, dass die SPD auf Dauer in der Regierung bleibt. Und dann muss es aber auf andere Weise vertrauensbildend vorbereitet werden. Große Koalition haben wir jetzt. Was wäre auf Ihrer To-Do-Liste für die neue Bundesregierung ganz oben zu machen? Für die jetzige oder für die nächste? Für die jetzige. Für die jetzige, ja. Für die jetzige. Die doch noch zustande gekommen sind. Ja, also sie verteilt natürlich Geld. Sie tut zu wenig für Innovation, für Mittelschicht, für Wachstum. Wir könnten uns jetzt eine Steuerreform leisten. Also nicht Steuergeschenke, eine Steuerreform. Wir könnten die Forschungsförderung für mittelständische Unternehmen extrem ausbauen. Aber das alles ist natürlich ein Kompromiss von zwei Volksparteien, wo jede Gruppe versucht hat, ihre Leute zu bedienen. Da etwas mehr für die Familie. Dann falsches Rentenversprechen angesichts einer demografischen Entwicklung. Also meines Erachtens eine wenig innovative, zukunftsgerichtete Agenda. Das umstrittenste Thema bleibt Flüchtlingspolitik, Zuwanderung. Provokativ gefragt, gehört der Islam zu Deutschland? Ich bin kein Religionstheoretiker und ich höre auch immer zu in Tübingen. Wir haben ja einen eigenen Lehrstuhl für Islam. Ich bin großer Anhänger vom Weltethos. Ich glaube, ich weiche nicht aus, aber entscheidend wäre viel mehr, was Professor Küng vorgelebt hat, was ich auch meinen Studenten vermittle, die Entwicklung eines Weltethos. Das heißt, welche Wertekriterien aller Religionen lassen sich in einer globalen Gesellschaft, auf die muss man sich einigen. Und auch jetzt diese Kruzifizgeschichte vom Herrn Söder, das hat alles so etwas Altmodisches, Kreuzzugshaftes an sich. Das lehne ich ab. Europa. Ich habe gefunden, die drei größten Probleme Europas sind eine lahmende Wirtschaft, die massive Flüchtlingskrise und ein wenig Vertrauen erwecken des Bankensystems. Wie sehen Sie es? Ja, also ich drehe es mal um. Macron ist der große Hoffnungsträger. Auf den muss man sich einstellen. Die anderen Dinge sind bekannt, müssen auch angegangen werden. Aber wir haben nächstes Jahr Europawahl. Wir haben jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren erlebe ich, dass die junge Generation bei Europa zuhört. Das hat mit Kramp zu tun, das hat mit China zu tun. Und jetzt müssen wir was Positives, was Visionäres. Das ist auch nicht nur eine Geldauseinandersetzung, sondern Macron geht ja über das weit hinaus. Und auch was damals schon Genscher und Schäuble und wir entwickelt haben, dieses Kerneuropa, außen herum Satelliten, die können mehr oder weniger mitmachen. Aber angesichts des weltweiten Veränderungen durch China und Rückzug von USA muss Europa jetzt als dritte Kraft sich positiv positionieren. Glauben Sie, dass es gelingen kann? Sie sagen, Ihre Studente, Englisch kann jeder. Überlegt euch, Chinesisch zu lernen. China mit seinem ungebremsten Wirtschaftswachstum rückt in die USA-Position. Möglicherweise kann man fragen, ist die Zeit Europa als dominante Größe vorbei? Als dominante Größe auf jeden Fall. Wir bleiben ein Faktor in der Weltpolitik. Aber im Moment haben wir im Grund schon in der Weltordnung, wir nennen das ein Duopol. Die beiden Hauptmächte sind USA, China. USA rückläufig durch Rückzug, falsch. China sehr offensiv, noch nicht aggressiv, seine Interessen absichernd. Und da muss Europa nicht im Schatten sich bewegen, sondern bilaterale Angebote machen, also Freihandelsabkommen. Die Welt wird sich um Trump herum neu organisieren. Das werden die Amerikaner spüren, negativ. Und Europa muss mit China neue Arten von politischer Strategie und Freihandel organisieren. Denn fast 50 Prozent des Wachstums in Zukunft kommt eben aus China. Nicht mehr aus Europa, nicht mehr aus USA. Bisschen über die Zukunft. Stichworte sind Klimaschutz, Mobilität und Digitalisierung. Was brennt Ihnen ja meistens auf die Nägel? Also Klimaschutz, Pariser Abkommen, ganz arg wichtig. Ja, auch sehr positiv, weil in Amerika, unabhängig vom Trump, einzelne Bundesstaaten sich so verhalten als Fernsehmitglied. Das ist schon mal gut. Digitalisierung, ja, Vorsicht in der Sprache, disruptiv, alles wird zerstört. So gewinnt man die Leute nicht für eine neue Technologie. Man muss sagen, es entstehen neue, anspruchsvolle Arbeitsplätze. Es fallen aber einfache weg. Seid euch da drüber im Klaren. Der Hauptpunkt, den ich so sehe, als Ökonom, als Darendorf-Schüler, ist im Grund die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Auch die Bereitschaft der Demokraten, sich zu einigen. Auch jetzt dieser ständige Verdacht, wer eine Führungsposition hat, ist auf der Abschussliste. Da müssen wir auch ein bisschen menschlicher werden, weil wir sonst die falschen Führer bekommen, meines Erachtens. Also dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, wie Darendorf sagte, Bindungen erlauben, Ligaturen schaffen, Lebenschancen für alle, nicht für eine ganz Gruppe unten oder sich nur auf die ganz unten, sondern um die Mittelschicht kümmern, das sind so meine Punkte. Herr Dr. Hausmann, wir haben persönlich begonnen. Wir werden persönlich enden. Ein Einlass der Sendung ist natürlich Ihr 75. Geburtstag, zu dem wir Ihnen alle herzlich gratulieren. Die Frage ist, was bleibt Ihnen wichtig, möchten Sie noch bewegen in den kommenden Jahren, klar, von Gesundheit vorausgesetzt. Also, Herr Schreck, es lief so ein gutes Gespräch. Ich dachte, die Zahl ersparen Sie mich. Mein Ziel war immer, zwischen den Generationen zu leben, zu vermitteln, wenn möglich aktiv zu bleiben, nicht dieses passive Rückzugsrentner-Dasein. Denn die Leute sind heute gesünder, die werden gebraucht, es werden weniger Jüngere, mehr Leute mit Lebenserfahrung. Also, das ist eigentlich das Entscheidende. Was Positives zu bewegen, was weiterzugeben und neugierig zu bleiben. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Vielen Dank, Herr Dr. Hausmann. Ich danke Ihnen, Herr Schreck. Und liebe Zuschauer, das Zitat möchte ich doch noch mal aufgreifen. Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie mehr in deinem Leben arbeiten. Das wünsche ich Ihnen. Danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.